Willkommen zurück zu Squad Pilgrim und das Spiel, Part Nummer 4 und wir starten gleich richtig hart durch. Warte mal, Transit? Ähm, war das das hier? Transit? Ja, das ist es, das hier, das ist es, das ist es. Los jetzt, ihr Gesichtstransen. Sommerfrust, Folge Dein Ninja Braut. Das ist, ähm, demzufolge eine Lesbe. Und die ist im Film voll eklig. Oh, ich fähig euch, welcher? Oh, in Rücken. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Na, hallo? Ich treffe nicht. Ihr merkt, dass hier die Frau hier, die Ming-Wing-Thing-Thing-Thing, die hier oben, ja, die spielt auch eine wichtige Rolle im Spiel, alter. Also, wenn man jetzt alle Erfolge will, zumindest. Au! Die spinnen, die Römer. Die Mitfahrer, mir nicht. Boah. Oh. So, das war's. Achtung, was jetzt passiert, ist unglaublich. Und, und, unfassbar. Einmal war ein Bus zersägt. Und jetzt kloppen wir uns auf den Bus weiter. Halala, halala. So. Ich, ich geb die Tonnen aus. Tonnen aus. Restlos aus. Das kommt gleich min bone aus. Waschoo! Ui! Ach! Ha! 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 Aber wir nehmen das Samurai Schwarz von denen. So, jetzt geht's hier weiter. Eigentlich, ja. Ich wollte gerade sagen... Oh, oh, oh. Ballam, ballam. Ballam, ballam. Kaputt gegangen. The frying Tengu. Oh, oh. Oh, ich bin noch nicht mal richtig angekommen. Ja, lass mich doch erst mal ankommen. Und schon kriegt er die Fresse voll. Ich glaube, es hackt, jo. Ich glaube, es hackt, jo. Oder mein Schwertmensch. Jo, Kapau, Junge. Und hier kommen jetzt noch neue Gegner. Abgesehen von den Ninjas. Aua, 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 aua. Es gibt noch welche, die können Feuerball schießen. No, 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 no. Ja natürlich, fett bei unseren Rollschuh. Na klar. Oh. Hier, die hier. Die fetten. Oh, Ninja. Boy. Ha, 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 ha. Lö,眠,眠,眠. Ninja Girl. Falsich von Achtung! jetzt kommen gleich und da muss ich kaputt war ganz schnell muss ich nicht aber kann ich gibt es im tempos ein boden ganz viele schweinchen aber da sind die die blöde um ich hasse ne wer ist zum kotzen ist aber cool muss ich nicht in die löcher fallen da kannst du reinfallen aua aua wort das wort das jetzt was ein na nein verdammt ich habe ein schwert verloren aber ich schaue euch trotzdem zu brei um zwei haue ich euch zu brei oh huch 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 hitten shop ne doch ne aber das ist noch ne komische nein ich bin ein horscht mit bockwurst ich hab mein schwert zerfuckt da schenkt man mir das schwert wieder und ich hab's wieder ne 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 Oh, du Fette. Die Musik ist so geil. So, fertig jetzt hier, oder warum nicht, ja? Endboss. Jetzt kommt der Endboss. Die Endböss hin. Überraumautobahn. Jetzt kommt nämlich hier die Fette Läste. Pillen, Pillen. Pillen, Pillen. Eine Flasche Bombs. Okay, oh. Normal kann die richtig fies sein, ja? Also eigentlich richtig doll fies kann die, äh, sein. Oh. Oh, ne Katze. Miau, 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 miau. Oh. Entschuldigung, meine Kleiner. Das war... Level Nummer 4. Oh, das Game ist so geil. Gut, Leute, danke fürs Zuckung. Das war Bart 4. Wir sehen uns heute hier in Bart 5. wieder. Bis dann. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü